Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Pressegruppe nach dem Drittligaspiel VfB Oldenburg, FC Ingolstadt 0-4, N-Stadt 0-3. Und wie immer gebührt das erste Wort den Gästen. Herr Rehm, hier steht man zum Spiel, bitte. Ja, danke. Ja, ich habe Oldenburg im Vorfeld immer wieder gesehen und wir wussten, dass das kein Zuckerschlecken wird hier, dass die Oldenburger auch den Ball gut laufen lassen, dass wir da ganz genau schauen müssen, wie wir die Pressing-Situation auslösen, dass wir nicht zu oft ins Leere laufen und ich sage, wir haben auch in der ersten, glaube ich, dritten Minute, vierten Minute diese Chance gegen uns und in so einer Situation kann so ein Spiel natürlich auch immer in eine andere Richtung kippen. Diese Chance hat Oldenburg nicht genutzt und dann ist meine Mannschaft immer besser reingekommen. Wir haben selbst auch den Ball gut laufen lassen, haben gute Pressing-Momente ausgelöst, haben eine gute Verschieberichtung gehabt, gute Abstände zwischen den einzelnen Linien, immer wieder gute Bälle erobert, sodass Oldenburg nicht in ihr tiefen Spiel kam, in ihr Vertikalspiel, um uns da immer wieder wehzutun. Das haben wir immer wieder ganz gut verteidigt. Damit war ich sehr, sehr zufrieden und dann haben wir natürlich auch eine sehr, sehr große Effizienz gehabt heute, gerade in der ersten Halbzeit und auch bis zum 3 zu 0 gefühlt aus fast jedem Abschluss dann auch ein Tor gemacht. Und das ist natürlich das, was uns heute ausgezeichnet hat. Wir haben hinten wenig zugelassen, waren vorne effektiv und nach dem dritten Tor war, glaube ich, dann auch der Stecker bei Oldenburg gezogen. Aber das haben sie auch gegen Osnabrück gezeigt, dass sie immer wieder zurückschlagen können. Und deswegen ist Oldenburg eine gefährliche Mannschaft, vor der wir sehr, sehr viel Respekt hatten heute. Und die Jungs haben es sehr, sehr professionell angenommen, sehr, sehr konzentriert angenommen. Und ich bin sehr, sehr zufrieden mit unserer Leistung und wünsche dem VfB Oldenburg alles Gute für die restliche Saison beziehungsweise jetzt erstmal bis zur Winterpause. Und dann sehen wir uns ja in der Rückrunde auch wieder. Dankeschön. Vielen Dank für die guten Wünsche, Dario. Kleinen Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, moin erstmal. Ja, Rüdiger, dir und deinem Team Glückwünsche. Das ist ja bockstark, was für eine Runde ihr spielt, wie ihr es spielt. Das ist einfach Wahnsinn, wie ihr verteidigt. Wir analysieren meistens, gucke ich mir eure Spiele noch an, wie ihr es macht gegen unsere Gegner. Weil ich finde, wie ihr es anlauft, wie ihr kompakt steht, wie ihr fast so im Rudel eine Mannschaft auf eine Seite locken wollt und euch den Ball holen wollt, macht ihr richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, ob ich sauer sein soll oder es so hinnehmen soll, wie es gelaufen ist. Wir haben letztes Jahr Regionalliga gespielt, wegen Gottstadt letztes Jahr Zweite Liga und das hat man heute einfach auch gesehen. Wir spielen auch heute wieder einen guten Ball. Ich sehe es auch so. Wir müssten nach zwei Minuten hier 1-0 führen. Ich denke, wenn die Chance auf der anderen Seite gewesen wäre, wäre der Spieler in die Box reingerannt. Entweder kriegt er den Elfer oder er knallt ihn rein. Das sind Dinge, die wir einfach lernen müssen. Das ist uns aber auch klar gewesen. Es sind heute Sachen gewesen, wir wurden jetzt nicht an die Wand gespielt, aber es ist dann einfach diese Effizienz, diese Cleverness, diese Professionalität, die einfach Ingolstadt heute mit an den Tag gelegt hat, beziehungsweise eh immer reinlegt. Dann ist es schwer. Es gibt von zehn Spielen vielleicht ein oder zwei Spiele, wo wir in dieser Phase, wie wir jetzt gerade sind, gegen Ingolstadt bestehen können. Dafür muss vieles passen. Das war es dann nicht und deshalb müssen wir daraus lernen, so schnell wie es geht. Die nächsten Wochen werden nicht einfacher. Wir haben schwere, bockstarke Mannschaften, die oben alle anklopfen wollen. Das heißt, dass wir weiterhin ruhig arbeiten, gucken, dass wir es besser machen, cleverer machen, unsere Chancen eventuell auch nutzen und hinten ein bisschen stabiler jetzt auch stehen, weil trotzdem will ich hier keine drei Tore fressen. Dankeschön. Okay, ich sehe keine weiteren Fragen. Dann vielen Dank. Vielen Dank für die Geduld. Euch alles Gute weiterhin. Kommt gut nach Hause. Ja, und den Kolleginnen und Kollegen einen trotz allem entspannten Sonntagabend. Danke. 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 Danke.